Was ist das für ein Moment? Was ist das für ein Moment? Im Moment... ...Break E-Mail auch. Ja. Nein, noch nicht. Ein tolles Gefühl. Sehr toll, ja. Macht Spaß. Ja. Ich hab's vergessen. Aber nur ganz kurz, aber hat zum Beispiel keiner gemerkt. Ich bin ja auch. Ja, ist okay. Also gut. Im guten Bereich. Ja. Da steht noch überhaupt nichts fest. Da weiß ich noch gar nichts. Also... Ja. Ja, ich bin ja auch.